So, machen wir dich nieder. Können wir mal aufhören hier den armen Zwerg zu belästigen. Das ist ja furchtbar. Kann sich ja keiner mit angucken. Oh, der ist weg. Ich bin schon wieder nackig gemacht. Hör doch mal auf. So, junger Mann. Gehen sie mal. Ach so. Das ist ja nett, dass du die weichgeklopft hast für uns. Ja, ich übernehme. Viel Spaß. Übernehmt ihr? Ich sagte übernehmen, nicht übergeben. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ach komm. Ich kann das nicht angreifen. Natürlich kannst du das angreifen. Und zwar jetzt. Tu es. Und die Leute mal hergesprungen kommen. Unglaublich. Das ist ja unglaublich. Da machst du nix und auf einmal schwupp. Steht er neben dir. Na gut. So. Was hast du denn hier? Ach, du hast meinen Hammer, den ich brauche. Das ist gut. Den habe ich schon gesucht. Ja, ja. So. Hier halte ich jetzt beide mal die Klappe. Ja, ihr holt nicht rum. Wärst du brav gewesen, hätte ich nicht gehauen. So einfach ist das. Okay. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas in der Richtung. Oben vermutlich. Weg. 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 Und weg. Okidoki. Ach, halt die Klappe. Heiße, große Fresse. Nur auf dem Wolfsitz. Schon scheiße, wenn man wegrennt und die Leute aber nicht mehr sieht zum Anhauen, ne? Ja, hättest du das mal richtig, hättest du mal was richtiges gelernt. Sucht nach seinem Puls. Richter Khan, leben sie noch? Hm. Sieht nicht so aus. Na gut. Der arme Richter. So, wo haben wir denn hier die Alex-Sachen? Da in die Richtung. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Gucken, ob der da ist. Damit wir denn die Quest fertig haben. Und, äh, wir denn bei der Wiederkehr von seinem Bruder ihm den Kopf bringen können. Da, 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 da. Gehen wir mal in die Richtung. Lali. Seelenfang. Aha. Na, das ist ja super. Hm. Nö, hier ist kein Alex. Wahrscheinlich werden wir den jetzt auch ein bisschen länger suchen. Der wird ja jetzt nicht so schnell wieder auftauchen. So nach dem Motto, haha, selbst schuld. Warte, brichst du auch die Quest ab, Idiot. Ähm. Ja, hier ist wieder eine von diesen Flaggendingern. Da muss man hier nämlich, das habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt, da muss man nämlich hier den Flaggen folgen, um hier den Drachen zu benutzen. Ja. Aber es scheint nicht so zu sein, dass man hier weiterkommt. Mit der Quest Personalabbau. Naja, gut. Da-dam-da-dam-bam-bam-bam-bam-bam. Aber schön, dass sich das aufgeklärt hat. Ein bisschen, ein bisschen stolz. Achso, wir müssen nach oben hin. Oder müssen wir hin? Nee, wir müssen hier wieder rein. Ja, komm her. Grundst du mich nicht an wie so ein Schwein. Ja, ich habe hier einmal dein Hammer. Und das andere, was du haben wolltest. Zerstört den Akonik-Kristall und beschafft die Garnisionsbaupläne von Rudelführerin Kagura. Ja, mach ich. Achso. Noch zu dem Thema ähm Was machen wir denn hier nach? Nachdem wir denn Level 100 sind. Ein paar Sachen habe ich euch ja jetzt erzählt. Ähm Und bis Legion haben wir denn ja eigentlich einen freien Platz. Wo wir denn dann anderes MMO angehen werden. Zur Auswahl steht halt äh SW-Thor. Gegebenenfalls ein bisschen Rift. Oder Muss ich jetzt nicht hier mit allen anlegen. So. Ähm Oder Elder Scrolls Online. Ich persönlich bin für SW-Thor. Was? Was ist gut denn von mir? Das ist ein ganz bestimmter Grund, weil das auch wieder ein bezahlter MMO ist. Das wird dann für die Zeit bis Legion kommt. WoW ablösen. Oder je nachdem, wie lange wir halt brauchen. So. Ähm. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, gute Idee, schlechte Idee. Ach, gib mir lieber mein Leben wieder. Halt ja nicht so stark. Habt ihr mir irgendwie ne Waffe geklaut? Oh, klar behalten. Der ist ja schon wieder da. La 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 la. No. Ich sterbe hier noch, wenn er so weiter geht. Ah. Dann hätten wir den Tod für diese Aufnahme dann aber auch schon mal hinter uns. So. Ja. Und ich auch. Was wollte ich sagen? Ähm. Ja. Ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder vielleicht habt ihr ja noch ein ganz anderes MOO auf dem Schirm, wo ihr sagt, ihr müsst doch mal zocken. Ansonsten würde ich mit SW Tor ... ... ... Da könnt ihr dann mitbestimmen, welche Seite, welche Rasse einfach unter dieses Video drunter hauen. Ach Gottchen. was ihr da sehen wollt. Oh ja. Oh, der ist weg. Du gibst mir jetzt meine Energy. Aha. Ach, Mädels, das tut mir jetzt leid. Wollte ich den nackten drehen. Drehen wir gerade von vorne zeigen. Da legt er sich auf dem Boden und verwandelt sich in einen Drachen. Hm, naja. Aber das kennt ihr ja. Hahaha. Ah, so einmal im Monat. Was? Ich hab nix gesagt. Nö, nö, alles gut. Du. Ich bin ganz oben. Ja, das seh ich. Wann haben wir denn hier? Benutzt den Zeichentisch, um euch zwischen dem Bau eines Pferchs oder eines Panzerwerks zu entscheiden. Bleibt Schaut euch die Baupfäde gut an. Machen wir. Wann haben wir denn hier? Rangari Pferch liefert bessere Talbuk-Reittiere für eure Truppen. Sobald das Pferch betriebsbereit ist, könnt ihr innerhalb von Nagrand einen Talbuk, nein, einen Talatalbuk verwenden. Oder Panzerwerk von Telar liefert Belagerungsmaschinen für eure Truppen. Sobald das Panzerwerk von Telar betriebsbereit ist, könnt ihr innerhalb von Nagrand einen Telar-Panzer verwenden. Wir nehmen natürlich das fähig. Mit einem lecker Talbuk durch die Gegend reiten. Wer mag das nicht? So, wann haben wir hier noch? Hallo? Wie? Natürlich nicht. Alles klar. So, Ärger bei der Wacht. Findet Rangari Elina bei Magogs Wacht. Okay. Tötet 15 Truppen der brennenden Klinge in Hal... Was? Halfalor. Halfalor. Okay. Findet Landtresor und Klinge in Halfalor. Leonis. Die brennenden Klingen sind für ihre Ehre im Kampf bekannt. Das heißt aber nicht, dass sie euch nicht sofort angreifen werden. Nicht? Sondern? Wer sagst du nicht? Na gut. Ähm, hier scheint aber irgendwo noch eine Quest zu sein. Ach da, hinter uns. Von Kia. Hallo Kia. Sammelt zwölf Paare Lederhaut Ohren von Lederhaut Krollhofen. Natürlich. Woher sonst? Ja, alles klar, Lara. Ähm, sammelt 24 Briesenschreiter Hörner von Briesenschreiter Talbuk. Das sind ja Wörter. Das ist ja der Wahnsinn. Ist das ja. Das ist ja. Ich höre nicht zu fassen. Talbuk. Was haben wir denn, ne? Ah, ich hab mein eigenes Talbuk. Nö, 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 nö. Okay. Wo wollen wir denn hinten? Gehen wir erstmal dahin zu den Briesenschreiter Hörnern Talbuk. Guten Tag, die Herren. Oho, mit Knicks. Dankeschön. Ich knickse gleich mal mit. So. Na, na. Nee, der steckt gar nicht von seinem Hund ab. Dafür haben wir ne Quest hier. Er bringt den Rangari. Was? Rangari Fell zu Rangari Lara. Pfeil steht da. Das sah aus wie ein L. Ich denke schon, wie schreiben die denn Fell? Okay, bringen den Pfeil zu der guten Lara. Oh je, oh je. Ähm, schnell ne Ausrede suchen, warum ich mich verlesen hab. Ähm, 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 mein Auge juckte. Ja, naja, da ist der Grund. Kann ich denn auch Charge machen? Tatsächlich. Mit Talbuk, hooray. Lasset sie uns töten, denn sie werden alle uns gehören. Auch die kleinen sowie die großen schneiden wir die Hörner. kürzer. Weil sie gerne zum Friseur wollen. Ja, dafür müssen wir die nicht töten. Das, äh, macht man nicht. Naja. Ihr gebt mir ja freiwillig eure Hörner. Dann muss ich euch ja töten. Was soll ich denn machen? Typisch, Mann. Ich muss dich töten, weil du hast was, was ich haben will. Und da du mir das nicht geben willst, nimm ich's mir. Schrecklich. Ganz schrecklich. Wenn man mal drüber nachdenkt. Aber letztendlich tun wir das fast alle. Irgendwie. Irgendwie tun wir das fast alle. Haben wir denn hier noch so ein paar Teilbooks? Okay, wir sind nicht alles Mörder. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Nur so, äh, falls das jetzt missverstanden ist. aber manchmal kommt es was andere Leute was haben, was man haben will. Und das ist ja dann auch völlig egal, was es ist. Wie, zu weit entfernt? Der steht da direkt vor mir. Sei's jetzt. Weiß ich nicht. der, äh, Freund einer Freundin oder der Verlobte einer Freundin, der Ehemann einer Freundin, ist ja völlig egal. Oder ein Stück Kuchen, Kaffee, Zigaretten, Leberwurstbrot, iPhone, an solche Sachen. Und dann versucht man irgendwie an solche Sachen heranzukommen. Sei es dadurch, dass man die Leute, ach Gott. dazu bringt, ihren Partner zu betrügen. Oder man macht die Sache, die man haben will, schlecht. Und sagt, kauf dir doch das, das ist viel besser. Ich kauf dir denn das, ich nenne jetzt mal iPhone ab. Und so weiter und so fort. Ja, es gibt schon schreckliche Momente im Leben eines Menschen. Das ist mir auch schon passiert. Das ist mir auch schon passiert. Allerdings war ich nicht derjenige, der was hatte, sondern Ja doch, auch. Ich war einmal auf der Seite, der was hatte, was andere haben wollten. Da habe ich dann eine wochenlang Schule geschwänzt, als ich in der ersten Klasse war. Dass meine Eltern mich mal auf der Straße gesehen haben und ich dann zur Schule musste. Daran kann ich mich auch nicht erinnern. Allerdings habe ich dann auch im Umkehrschluss, wo ich es eigentlich hätte besser wissen müssen, jemand versucht dazu zu bringen, mir was zu geben, was er hatte. War nicht nett. Aber ich war auch. Wie alt war ich da? Sieben? Ja, kommt wohl hin. Das kommt wohl hin. Und das andere, was davor passiert ist, als ich die Schule geschwänzt hat, da war ich, weiß ich nicht, sechs. Ja, sechs mag ich gewesen sein. Und bei der anderen Sache, danach war ich sieben oder acht. Irgendwie so. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ja. Ich muss näher ran. Bin halt. Nicht immer nett gewesen. Aber inzwischen gönne ich hier eben alles. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Und, äh, wo kommt ihr denn her? Ja, die Jäcke oder was? Ich muss hier weg. Sonst sterbe ich. Sonst sterbe ich. Sonst sterbe ich. Und das finde ich ganz schön doof. Sonst sterbe ich. Sonst sterbe ich. Wo kommen die überhaupt her, die blöden Wölfe? Na, hau ab. Geh weg. Geh weg. Menno, geht weg. Heck. Alles Gute. Tschüss.